Das Wort bekommt Frau Kiesbach. Sehr geehrte Frau Bürgerschaftspräsidentin, meine Damen und Herren, werte Kollegen von den Linken, ich muss ehrlich sagen, dass mich Ihr Antrag schon ein wenig ratlos macht. Ich schließe mich den Worten meiner Vorrednerin an. Sie fordern einen Masterplan für Senioren mit Migrationshintergrund. Masterplan 2020, das hört sich immer ganz toll an, aber manchmal hilft es auch eben gerade nicht, den großen Bogen zu schlagen, sondern sich konkrete Punkte herauszunehmen, die verbesserungswürdig sind. Sie listen in Ihrem Petitum des Antrags alle Lebensbereiche auf, die pauschal alle älteren Menschen mit und mit wenigen Ausnahmen auch ohne Migrationshintergrund betreffen und fordern den Senat ganz allgemein auf, Handlungsfelder und Zielvorgaben hierfür auszuarbeiten. Ich mache hier ungern Werbung für die Arbeit des Senats, aber ich muss an dieser Stelle doch den Hinweis meiner Vorrednerin, Frau Zimmermann, aufnehmen. Es gibt das im letzten Jahr neu aufgelegte Hamburger Integrationskonzept und dieses Konzept beinhaltet unter anderem die integrationspolitische Seniorenpolitik. Übrigens wurde dieser Bereich Seniorenpolitik für Menschen mit Migrationshintergrund auf Antrag der FDP überhaupt in das Integrationskonzept aufgenommen. Darauf möchte ich hier an dieser Stelle nochmal gerne hinweisen. Auch offenbaren Sie mit Ihrem Antrag das übliche Schubladendenken der Linke. Ältere Menschen mit Migrationshintergrund sind per se arm und hilfebedürftig. Auch wenn feststeht, dass für Menschen mit Migrationshintergrund eine dreimal höhere Armutsgefährdung besteht, so legitimiert dieser Umstand Sie nicht, die Senioren mit Migrationshintergrund pauschal arm und hilfebedürftig zu reden. Insofern entsteht hier für mich der Eindruck, Sie fordern mal wieder ein Konzept um des Konzepts willen. Es gibt sicherlich in einzelnen Bereichen Handlungsbedarf. Aber das Integrationskonzept des Senats nimmt sich überwiegend sogar bespickt mit Zielzahl und Fristen. Das kennt man sonst vom jetzigen Senat eher nicht so. Einige Handlungsfelder vor, so sollen zum Beispiel in den Pflegestützpunkten, Zielgruppen, spezifische Informationsveranstaltungen durchgeführt und kultursensible Angebote geschaffen werden, um sprachliche und kulturelle Barrieren sowie Informationsdefizite im Pflegebereich zu beheben. Zudem wird bei einem Blick im Übrigen auf Ihre Große Anfrage deutlich, welche vielfältigen und unterschiedlichen Angebote es für Senioren mit Migrationshintergrund bereits gibt. Meine Vorrednerin ging schon ausführlich darauf ein. Die Angebotspalette reicht von interkulturellen Seniorentreffs mit Beratungs- und Freizeitangeboten bis hin zur Zusammenarbeit mit muttersprachlichen Ärzten. Die großen Wohlfahrtsverbände, wohlgemerkt, sind ebenso aktiv wie selbstorganisierte Nachbarschaftstreffs oder die türkische Gemeinde. Es gibt viele gute Ideen und Maßnahmen, die weiter ausgebaut werden sollten, zum Beispiel Wohngruppen für türkische Demenzkranke in Wilhelmsburg. Hier machen spezielle Angebote Sinn, denn gerade Demenzkranke in einem fortgeschrittenen Stadium leben in der Vergangenheit und vergessen oftmals ihre in Deutschland erworbenen Sprachkenntnisse. Meine Damen und Herren, werte Kollegen von den Linken, im Bereich Integration befindet sich in Hamburg, das muss man hier schon konzentrieren, einiges in Bewegung und damit eben auch im Bereich für ältere Menschen mit Migrationshintergrund. Weshalb nun zusätzlich ein staatlicher Masterplan 2020 für Senioren mit Migrationshintergrund notwendig ist, ist vor diesem Hintergrund nicht verständlich. Insofern lehnen wir Ihren Antrag ab.